So locker und leicht war mein Leben schon lange nicht mehr, genau genommen noch nie. Zu meinen Eltern hatte ich nie den besten Draht und auch in der Schule habe ich nie zu den coolen gehört. Liegt vielleicht daran, dass ich nie der Extrovertierteste war und mich immer schon wohler gefühlt habe, wenn ich mich nur um mich selbst kümmern musste. Ich denke, auch von außen betrachtet schlage ich mich ganz gut. Ich habe ein geregeltes Einkommen, zudem habe ich vor kurzem ein Haus gefunden, in dem ich wohnen kann. Allerdings bin ich oftmals einfach zu faul, um meine Klamotten aufeinander abzustimmen. Heute aber habe ich es, glaube ich, ganz gut getroffen. Soll ja auch ein besonderer Tag werden. Schluss jetzt mit der Spielerei! Wo ist die Tüte? Komm mit, ich zeig's dir! Na los, Idiot, geh gucken! Ja auch ein besonderer Tag.